Ich erinnere mich noch, zwar im Jahr 97, der Chillout-Bus war auf allen Partys vor Leuten, weg Suchtsberatung und Drogenarbeit, dieser Bus war schon damals ein Idol seiner Zeit. In Orche gibt es Frust und Jugendgewalt, ja die Jugend braucht halt diesen Doppeldecker-Bus und dieser Doppeldecker-Bus, an den die Menschen so glauben, scheint Spenden zu brauchen. Ich bin die Jugendberatung in unseren Städten, ist ein Muss, ich schreib' paar Kona Matata und danach rette diesen Bus. Roll on, roll on, wie die Zeit vergeht, 13 Jahre Jugendbus, weiter geht's. Ein super Projekt, das Öcher-Busretter-Ding, also spendet, denn es ist für einen guten Zweck. Und zum guter Letzt und weil ich ein Busretter bin, schreich' rettet diesen, rettet diesen, rettet diesen Bus. Rettet diesen Bus, rettet diesen Bus, rettet diesen Bus, roll on. Rettet diesen Bus, rettet diesen Bus, rettet diesen Bus, weil er weiter rollen muss. Und warum sollen wir das bezahlen, wenn nicht bald etwas passiert, fährt dieser Bus zum letzten Mal. Und das wär mehr als schade, seit dem Jahre 2000, ist er unterwegs, vom Zentrum bis nach weit draußen. Ja, er ist laufend unterwegs, ohne Pause und er steht manchmal sogar in anderen Städten. Er hilft dir bei Problemen und so soll es weitergehen, also geh auf www.chillen-aut.de. Und auf dieser Seite steht, unten eine Spendenummer, falls du deinen Beitrag leisten willst, damit das Motto weitergeht. Reinkommen, chillen, rausgucken, wie könnt's auf dem Bus wieder aufdrucken, wenn die Aachener Spender genug Kohle ausspucken. Mal gucken, ob's klappt, ich bin mir zwar sicher, doch wenn ihr noch Zweifel habt, dann fragt mal Marc Fischer. Busretter Nummer 1, bei jedem Wetter hat er einen warmen Platz für dich und deinen Rat und du kannst ein Retter sein. Rettet diesen Bus, 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 Rettet diesen Bus . No, rette diesen Bus!